Das WISZAK-Team ist eine Gruppe von Mitarbeiterinnen aus allen Unternehmensbereichen. Wir erfüllen unsere Unternehmenswerte mit Leben und machen diese im Arbeitsalltag sichtbar. Wir organisieren Vernetzungstreffen, Veranstaltungen für unsere KollegInnen und tauschen uns regelmäßig mit der Geschäftsführung aus. Nach außen hin vertreten wir die FHW in der WKW im Rahmen von Jobmessen, Vorträgen und Interviews. Und hin und wieder versüßen wir den Arbeitsalltag unserer KollegInnen mit einem kleinen Goodie.